800 Bar Höchstdruck und das Holzbrett ist schon nach wenigen Augenblicken entzwei. Möglich macht das der Heisswasser Höchstdruck Trailer 800 Bar von der Firma Kercher. Wir können mit diesem Gerät auf der einen Seite mit 800 Bar Höchstdruck arbeiten, auf der anderen Seite haben wir bis zu 95 Grad heisses Wasser zur Verfügung. Eine Innovation, die sich sehen lassen kann. Für die Demonstration soll ein Flachdach gereinigt werden, ohne dass dabei der Zement zerstört wird. Und los geht's! Natürlich steht bei der Anwendung mit Höchstdruck Trailern Arbeitssicherheit an erster Stelle. Anwendung mit Höchstdruck Trailern Arbeitssicherheit an erster Stelle. Merkmale vom Heisswasser Höchstdruck Trailer 800 Bar sind Sicherheitswanne mit 5 Kammer Tanksystem, Druckdrehzahl Steuerung, Saugventilanhebung, integriertes Frostschutzsystem, Kolbenpumpen in höchster Qualität und geringes Leergewicht zum Transport auch mit PKW. Der Heisswasser Höchstdruck Trailer 800 Bar von Kercher. Ein Trailer für Reinigungs- und Sanierungsaufgaben im Druckbereich von 100 bis 800 Bar. Natürlich verfügen wir über passendes Zubehör je nach Anwendung. Unsere technischen Berater helfen Ihnen gerne weiter. Oder wünschen Sie einen unverbindlichen Termin für eine Vorführung? Rufen Sie unsere Infoline an unter 0844 850 863. Wir freuen uns auf Sie!